So, das war ein Boden, die um den Hof war geflogen, das war schön. So, das war ein bisschen schnelles Song, natürlich können wir gehen, wir können nicht singen. Und jo, das war auch ein Neuer, das ist die zweite Mal, dass wir die haben wie vor uns bei Togo-Tour. Und ich glaube, dass wir, ja, Zeit ist für ein schöner, ruhiger Ballade. Vielleicht ist es ja auch schön gewesen, weil das Wettel ist nicht so Hammer, aber ihr seid schon, so vielleicht ist das wieder für euch eine schöne, sommerliche Ballade machen. Gibt es auch Leute, die für links seid vielleicht? Ja, haben wir die Leute für links? Ich, Anna, für uns, aber andere Leute vielleicht? Ja, ja, da zwei. Da bereich ich mich. Oh, Janna, wir müssen euch jetzt auch für links, weil ihr seid ihr für links zusammen. Oh, 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 oh. Und ich hoffe euch, dass wir zusammen können, wir genießen, wie das Wetter von dem schönen Balladen zu gehen verabschiedern. Und wir müssen euch den Spaß damit. So, das ist so gut.